Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yonda The Cloud Catcher Chronicles. Wir sind ja immer noch ganz im Norden der Weltkarte und obwohl ich gesagt habe, ich möchte die Folge nicht mit einem Cliffhanger beenden, habe ich die Folge mit einem Cliffhanger beendet. War nicht meine beste Leistung, würde ich behaupten. Bin ich stolz darauf? Nein. Nein, fand ich es im Nachhinein gesehen lustig. Definitiv. Auf jeden Fall werden wir jetzt wirklich zu dem Punkt gehen, wo wir vorher hingehen wollten. Da drüben ums Eck. Kann übrigens sein, dass es gleich bei mir an der Tür klingelt während der Aufnahme. Dann nicht erschrecken, ich habe mir was zum Mittagessen bestellt. Weil es Sonntag, was ist das? Es ist Sonntag und ich habe vergessen einzukaufen. Iglenuk. Oh, das ist hübsch hier. Oh, das gefällt mir. Guck mal, die haben dann noch eine heiße Quelle drin oder was das? Oh, wie hübsch. Ja, es ist Sonntag. Ich habe vergessen, dass Sonntag ist. Ich habe nichts Essbares im Haus. Also muss ich Darius was Essbares bestellen. Da drin haben wir irgendwas. Wie komme ich da ran? So komme ich da ran. Das flimmernde Licht ist warm und hell. Aber mit dir will ich reisen, Verfolger vom Geist. Ein Geist gefunden. Oh. Da war Wasser. Heißt es hier auf der Zipper-Ebene. Auf der Zitter-Ebene gibt es noch zwei. So, du hast eine Quest für uns. Was willst du? Katie. Hey, du Reisender. Du wirst nicht von hier. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich brauche so dringend einen Bart. Willst du einen Wanderzirkus mitmachen oder was? Ich weiß, das klingt ja wenig ungewöhnlich. Alle im Dorf denken, ich wäre blam blam. Weißt du, Boone, der Schöne hat den prächtigsten Bart, den du je gesehen hast. Ich will unbedingt auch so einen Bart. Und ich weiß, wie ich einen bekommen kann. Die Nachbarin der Cousine von Macy's Freundin hat gesagt, Geisterfischeintopf lässt Bärte wachsen. Der Eintopf wird mit Geisterfischen gemacht, die man um Mitternacht in Süßwasser Seen und Flüssen fangen kann. Nein, man isst ihn nicht. Man trägt ihn auf, wo der Bart wachsen soll. Das ist so cool. Ich würde hier selbst einfangen, aber Seen und Flüsse machen mir Angst. Mir machen bärtige Frauen Angst. Geh weg. Alles, was mehr Wasser enthält als eine Badewanne, macht mir Angst. Hier ist das Rezept für Geisterfischeinkopf. Kannst du behalten und bitte bring mir den Eintopf nachts. Wie die Fische ist auch der Eintopf nachts am kräftigsten. Ja, wir werden mal sehen, ob wir das machen. Wir werden mal sehen. Die Tendenz geht eher zu nein. Wie gesagt, bärtige Frauen machen mir Angst. Hallo du, nur zu, äh, nur zu, nimm ein heißes Getränk. Hier kann es recht kalt werden. Nachdem der Blitz das Boot getroffen hat, kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Die Brauer haben mich gefunden und aufgenommen. Hier ist es fantastisch. Sie arbeiten hart, aber sie feiern auch gerne. Nur Kuh der Farbenfroh nicht. Er meint es gut. Wie schön, dass Kapitän Pulle nach uns gefragt hat. Sag ihm bitte, dass ich hier sehr glücklich bin. Und komm jederzeit vorbei, wenn du dich entspannen willst. So, wie viele Seemänner haben wir denn jetzt gefunden? Kann ich das hier, Moment. Äh, vermisste Mannschaft. Ah, wir haben alle gefunden. Sehr cool, dann können wir das auch bald machen. Was sind hier denn so die Handelswahren? Kein besonderer Rabatt oder sowas? Und auch nichts ist teurer. Warum habe ich jetzt die Angel draußen? So, gehen wir mal hier hoch. Ah, das ist das falsche hoch. Ach, da kommen wir gar nicht hoch. Oder sollen gar nicht hoch, weil da gar nichts ist. Es ist also nur fürs Optische. Das ist schade. Das ist vergeudetes Potenzial hier. Weil die Idee mit dem Dorf echt cool ist. Will trotzdem aus Prinzip gucken, ob ich da hoch kann. Nein. Ich rutsche immer von der Lehne ab. Hier können wir also drin angeln. Interessant. Was ist die Lieblingsspeise von Groffels? Mu, Melade. Ah, ja, ja. Axt, 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 Axt. Nein. Nein. Ein Tipp für dich. In Gold sind sie an allem interessiert, was mit Flüssigkeiten zu tun hat. Okay. Du bist Kuh der Farbenfrohe, so farbenfroh siehst du gar nicht aus. Hallo Wanderer. Weißt du, wen du vor dir hast? Du sprichst mit dem Ehrenwerten Kuh der Farbenfrohe, Meister der Feuerwerke und schillernden Farben und Anführer der Brauergilde. Zieh dir an, äh, zieh dir an, dass du der... Achso, Kuh der Farbenfrohe sieht dir an, dass du der Brauergilde beitreten willst. Sag nichts, ich sehe es in deinem Blick. Eine Reise beginnen ist einfach. Eine Reise beenden nicht so sehr. Bring mir zunächst vier Zilliumblumen und vier Blaubeeren. Kuh der Farbenfrohe ist fertig. Das heißt, wir brauchen Blaubeeren. Ich würde jetzt trotzdem gerne, denn das war ja auch so mit einer Hauptquest, würde ich behaupten. Zurück. Moment, kurz die Quest auswählen. Zum Captain gehen und dem Bescheid sagen. Dass wir alle gefunden haben. Das ist jetzt natürlich leider ein Stück. Wir haben auch keinen Teleporter hier zur Verfügung oder so. Lass euch mal einen Blick auf die Karte werfen. Ja, genau. Das... Da wären Teleporter. Ne, das ist eigentlich... Ich finde das mit den Teleportern ja schon ziemlich cool, aber ich finde, es gibt zu wenig, beziehungsweise... Ja, man muss halt trotzdem noch voll das lange Stück laufen. Da unten ist Düsternis. Die beseitige ich mal ganz schnell. Ich lasse mich wieder so schnell ablenken. Es tut mir leid, aber... Ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Los, macht die Düsternis weg. Schwing! Und wir kriegen ein Schild. Mir geht es ja mehr auch darum, Düsternis zu entfernen, als die Belohnung zu kriegen. Ein guter Platz wäre eine Steinbrücke. Vier Steinbögen und sechs Steinsäulen. Und die bringt uns dann darüber auf die andere Insel, oder was? Ja, es scheint da noch so ein kleines Bonusgebiet oder so freizuschalten. Da hinten dampft's. Lasst uns mal hingehen, wo es da dampft. Da scheint jemand entweder zu leben oder kurz Pause zu machen. Oder beim Pausen... Ah, da ist ein Haus. Das heißt, da scheint tatsächlich jemand zu leben. Und hüpf! Moinsinn! Töpferei Frostfeuer! Hallo, geht er hoch. Willkommen in Töpferei Frostfeuer! Aus viermal Ton können wir dir einmal Tontopf machen. Äh... Danke, glaube ich. Kann ich hier bestimmt auch kaufen. Oder natürlich kann ich hier Tontöpfe kaufen. Kohle, Pilze, Kräuter... Ja, bla bla bla. Das Übliche halt. Ich... Ich... Finde auch, dass das Spiel viel Potenzial verschwendet. Dadurch, dass eben man... Es gibt halt nicht wirklich so eine Hintergrundgeschichte oder so, die man... Erfährt. Wo will uns das Spiel eigentlich hinführen? Ach, es hat die falsche Aufgabe ausgewählt. Ich will natürlich immer noch die vermisste Mannschaft machen. Dankeschön. Man erfährt halt überhaupt nichts zur Story und so. Und... Ich finde es schade, weil das Spiel ist echt schön und die Idee dahinter ist cool. Aber ich habe auch überhaupt kein Interesse jetzt zum Beispiel mit jedem in der Stadt zu sprechen. Weil ich das Gefühl habe, dass ich nichts Interessantes von denen erfahre. Okay, das bringt mir jetzt was dazu sein. Ah! Hier ist noch eine Erzstelle. Und da ist mein Essen. Gleich wieder da. So, das ging tatsächlich... Recht fix mit dem Essen. Doch. Ich habe bestellt und eine Viertelstunde später war mein Essen da. Äh... Ich meine... Ich könnte mich jetzt beschweren. Aber das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Ihr werdet euch vermutlich fragen, was ich hier gerade mache. Aber ich möchte mal ganz kurz... Dann zeige ich euch auch, wie ich das mache mit den Thumbnails. Ich möchte... Oh, da ist ein... Oh, wie schön! Wie schön. Denn wir können in dem... Kameramodus hier... Sehr schön durch die Gegend fahren. Und hübsche Bildchen machen. Dann seht ihr auch mal, wie ich das mache. So... Ich hoffe, da ist was Gutes dabei. Doch, da sind schon ein paar schöne Bilder dabei. Jetzt leider im Dunkeln. Das ist Thumbnail ein bisschen dunkler. Das ist dann nicht so toll. Aber... Ist okay. Und dann kann ich mir einfach... Eins von diesen Bildern raus-Screenshotten. Alles super easy. Ein Blick auf die Karte. Möchte der mir sagen, dass hier irgendwo... Das Bart-Duell... Was ist denn das Bart-Duell? Halt, ich wollte nicht die Quest annehmen. Ich wollte... Finde die vermisste Mannschaft. Bitte. Die Frage ist, wie komme ich hier wieder weg? Es ist jetzt wieder eine Wanderschaft... Durch die ganze Welt... Vielleicht finden wir ja dann noch das... Ein oder andere... Secret... Beziehungsweise die ein oder andere interessante Stelle. Beziehungsweise... Guck mal, jetzt kommen wir doch hier vorbei, wo die Quest das Bart-Duell war. Ich mein... Ich mein... Komm, dann können wir... Beziehungsweise... Ich sag grad die ganze Zeit, beziehungsweise... Ich sag sonst nie, beziehungsweise... Ach, hier sollen wir einfach... Hier können wir die Fische angeln. Die wir angeln sollen. Na, das ist jetzt natürlich nichts, was ich mach. Dann müsste ich jetzt bis Mitternacht warten. Wir haben grad sieben Uhr. Es gibt keine Funktion, um Zeit abzuwarten, oder? Nee. Ein Girapaka. Eine Mischung aus Alpaka und Giraffe. Süß. Nee, es gibt leider keine Funktion, um Zeit abzuwarten. Das... Fehlt mir tatsächlich. Das wär... Eine sehr gute Erweiterung. Miau? Das Miau hab ich gehört. Wo miaut es? Na, ärgerlich. Kein Miau für uns. Hier scheint es auf dem Berg noch irgendwas zu geben obendrauf. Zum Beispiel eine Düsternis. Aber auch... Fragezeichen. Vielleicht... Sollten wir auch mal versuchen ganz hoch auf den Berg zu kommen. Aber ich darf mich von meinen... Von meinen Missionen nicht abbringen lassen. Ich werde jetzt auf direktem Weg zu Captain Pullen gehen. Und ihm Bescheid sagen, dass wir tatsächlich alle Seeleute gefunden haben, die auf der Map verstreut waren. Und ich würde mich generell... Ach, du warst keine Blume, die ich aufsammeln kann. Du warst eine Frau, die mir den Rücken zugedreht hat. So. Wie jede Frau in meinem Leben. Schwupp. Einmal hier runter und schon... Sind wir wieder... Im Anfangsgebiet. Beziehungsweise beim Anfangsdorf. Schön hier. Schön hier. Schä, schä. Wie gesagt, das Spiel hat so viel Potenzial. Aber ich denke, dadurch, dass es jetzt eine endgültige Version des Spiels ist, wird da auch nicht mehr viel kommen. Das heißt... Es ist... Oh, wie süß! Da hat ein Kind... Oh... Oh, wie goldig. Oh, guck mal, da ist unser Baum gewachsen, den wir gepflanzt haben. Da haben wir anscheinend den falschen Baum gepflanzt. Irgendwie passt der da nicht ganz rein. Ein Tipp für dich. Okay, danke für den Tipp. Den habe ich jetzt eigentlich gar nicht so gebraucht. Aber dadurch ist es halt leider verschenktes Potenzial, das das Spiel hier leider liegen lässt. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Denn... Ich meine, ich habe auch so sehr viel Spaß bei dem Spiel. Aber es würde einfach so... Das ganze... Das ganze Erlebnis nicht so oberflächlich machen, sondern ein bisschen vertiefen. So, Captain Pullen. Seemann Jib, Seemann Luf und Seemann Tuck wurden von dir gefunden. Klingt, als würden sie alle genau das tun, was sie wollen. Seemann in Jib ist mit vollem Herzen Koch. Seemann Tuck liebt Pflanzen und Tiere. Und Seemann Luf ist glücklich und hat Spaß. Das freut mich so. Klingt, als hätten alle sich gut eingelebt. Da wir in nächster Zeit keine Reise planen, gebe ich dir... Äh... Gebe ich dir das... Äh... Gebe ich das dir. Dir würde es mehr nützlich sein als mir. Und wenn du die Mannschaft ziehst, sag ihnen, ich freue mich, dass es ihnen gut geht. Und wir haben die Aufgabe Liefermistenmannschaft abgeschlossen und bekommen ein... Was ist das alles, was ich krieg? Nein. Äh... Äh... Hilfe. Ich hab grad mein Menü nicht mehr gefunden. Es ist ne Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt hab. Hätten wir hier... Nein, hier hätten wir tatsächlich... Die ist auch hübsch hier in Rosa. Gut, dann rennen wir jetzt so durch die Gegend. Habe ich auch kein Problem mit. Da oben ist noch eine Schatzkiste, sehe ich grad. Wie kommen wir denn da ran? Ah, ich erinnere mich, da hinten war was. Das war der Stein. Da auf die Spitze des Bergs will ich auf jeden Fall mal hoch. Die Frage ist, ob wir das jetzt machen. Da haben wir auch noch eine Quest. Sehe ich grad. Der wir nachgehen können. Jetzt sehen wir jetzt ein Ausrufezeichen. Hallo? Was ruft es hier denn aus? Ach, wahrscheinlich, dass ich hier... ...auch... ...einen Geisterfisch fangen kann. Möchte ich mir das Spiel sagen. Es wär jetzt auch nicht mehr so lang bis Mitternacht, aber... Komm. Komm, das muss jetzt echt nicht sein, finde ich. Die Frage ist, questen wir jetzt hier ein bisschen durch die Gegend? Oder... Oder... Reisen wir ins Altkönigreich. Denn ich würd ganz gern... ...die Hauptstory mal ein bisschen vorantreiben. Und... Ja, eben... ...jetzt... ...so langsam mit dem Schiff, das wir ja schon vor langer Zeit repariert haben... ...ins Altkönigreich reisen. Ich würd' aber sagen... ...ihr wisst ja, wo das auf der Karte ist. Das ist nämlich hier, äh... ...genau in Wimblewick. Würde ich sagen... ...da sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao, ciao. Bis dahin.